Weihnachten steht kurz bevor und draußen wird es immer kälter. Das bedeutet viel Zeit, um gemütlich am Kachelofen, äh, nee halt, was rede ich eigentlich? Ich meine natürlich ganz viel Zeit, um ausgiebig an eurem Gaming-Laptop zu zocken. Doch welche mobile Grafikkarte eignet sich eigentlich am besten für welches Spiel? Das zeige ich euch in diesem Video und am Schluss gibt es noch ein paar heiße Angebote für die kalten Tage. Vor der Suche nach dem idealen Gaming-Notebook für eure Bedürfnisse müsst ihr euch natürlich erstmal zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, welche Games bzw. welche Game-Modi zockt ihr am liebsten? Also stürzt ihr euch lieber alleine in ein spannendes Abenteuer mit prächtiger Grafik oder aber fühlt ihr euch auf dem Schlachtfeld in Multiplayer-Titeln wohler? Und die zweite Frage, zockt ihr nur zum Spaß nebenbei oder wollt ihr eure Freunde in der Rangliste auf die Plätze verweisen? Da ich jetzt schon wieder die Kommentare unten sehe, ein Gaming-PC ist doch sowieso viel besser und auch noch günstiger als ein Laptop. Tja, es gibt halt einfach Leute, die haben zu Hause nicht genügend Platz für Desktop, Bildschirm, Maus, Tastatur, Peripherie und so weiter. Und außerdem wollen wir dir vielleicht auch noch einen Arbeitsplatz, an die Uni oder auf die Zugfahrt mitnehmen. Zudem muss man heutzutage auch sagen, dass die Hardware in Gaming-Notebooks eigentlich nur noch unmerklich langsamer ist, als es in einem Desktop-PC. Obendrauf erhaltet ihr auch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket. Das heißt Tastatur, Bildschirm und ihr müsst das Ganze nicht einmal zusammenbauen. Wenn ihr jetzt also auf der Suche nach einem Gaming-Laptop seid und ihr kompetitiv zocken wollt, solltet ihr vor allem auf ein Display mit mindestens 120Hz Bildwiederholrate achten. Und natürlich auf eine Grafikkarte, die das auch ausnutzen kann. In nicht so fordernden Spielen wie jetzt CSGO oder auch Overwatch erreicht ihr bereits mit der Einsteiger-Grafikkarte GeForce GTX 1650 sehr hohe FPS-Zahlen. Die liegen in CSGO mit höchsten Presets bei rund 130 FPS und bei Overwatch in Full-HD-Auflösung bei hohen Einstellungen sogar bei rund 140 Bildern pro Sekunde. Die zurzeit sehr beliebten Battle-Royale-Titel, PUBG oder auch Fortnite stellen etwas höhere Anforderungen an die Hardware. Zumindest, wenn ihr auch hier mit den höchsten Grafikgeteils spielen wollt. Die eben angesprochene GTX 1650 bleibt bei diesen beiden Titeln knapp unter 60 FPS. Deutlich besser aufgestellt, Seite hier mit der GTX 1660 Ti. Diese liefert in beiden Spielen Info-HD-Auflösung bei maximalen Details, Bildwiederholraten von locker über 100 FPS. Noch etwas mehr FPS bringt die RTX 2060 auf den Bildschirm. Und diese bietet auch noch einen weiteren Vorteil, nämlich Raytracing, wodurch realistischere Spielwelten möglich sind. Für alle, die jetzt nicht so ganz genau wissen, was Raytracing eigentlich ist und wie das überhaupt funktioniert, blenden wir unser Erklärvideo jetzt hier oben mal in der Infocard ein. Dort bekommt ihr auch Empfehlungen, welche Grafikkarte sich für welche Auflösung bei aktiviertem Raytracing am besten eignet. Auch das neue Call of Duty unterstützt übrigens Raytracing und sogar mit der günstigsten RTX Grafikkarte, also der eben schon angesprochenen RTX 2060, kommt ihr in COD Modern Warfare bei aktiviertem Raytracing mit maximalen Details in Full-HD-Auflösung auf über 60 FPS. Das heißt, ihr könnt die Singleplayer-Kampagne in bester Grafik genießen. Und wenn ihr lieber etwas mehr FPS für den Multiplayer-Votes wollt, kommt ihr bei deaktiviertem Raytracing auch bei höchsten Settings auf durchschnittlich ungefähr 90 Bilder pro Sekunde. Absoluter Vorzeigetitel, was Raytracing betrifft, ist definitiv Control. Hier sieht man auf den ersten Blick deutliche grafische Unterschiede bei aktiviertem Raytracing. Allerdings benötigt das natürlich auch mehr Rechenleistung. Hier solltet ihr mit der RTX 2060 ungefähr mittlere Settings wählen, um bei aktiviertem Raytracing auf flüssige 60 FPS zu kommen. Hilfreich ist dafür übrigens auch noch die Aktivierung von DLSS. DLSS sorgt durch einen KI-basierten Algorithmus für verbesserte Bildqualität. Was das ganz genau ist und wie es funktioniert, erklären wir euch ebenfalls in dem vorhin verlinkten Video. Ohne Raytracing könnt ihr die Settings in Control übrigens auf hoch stellen und erhaltet damit durchschnittlich 60 Bilder pro Sekunde. Deutlich besser geeignet ist hier dementsprechend die noch leistungsstärkere RTX 2070, die im Schnitt ungefähr 15 bis 20% mehr Leistung liefert. Damit könnt ihr nicht nur alle Grafik-Blockbuster in Full HD mit höchsten Einstellungen spielen, sondern erhaltet auch in den wichtigen Multiplayer-Titeln um die 140 FPS. Noch mal eine Schufe darüber liegt da natürlich die RTX 2080, die derzeit beste mobile Grafikkarte, um nahezu jeden Gamertraum auch in der höheren Auflösung zu erfüllen. So, ich hoffe ich konnte euch jetzt einen groben Überblick darüber geben, welche Grafikkarte sich am besten für eure Ansprüche eignet und euch die Kaufentscheidung etwas erleichtern. Und damit ihr auch nicht allzu tief in die Tasche greifen müsst, haben wir für euch auch gleich mal ein paar richtig geile Gaming-Notebook-Deals klargemacht. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht ist ja auch die ein oder andere Desktop-Grafikkarte oder auch ein Komplett-PC dabei. Das kann ich jetzt allerdings noch nicht ganz so genau sagen, das entscheidet sich nämlich erst kurzfristig. Das heißt, während ich das Video hier drehe, sind die Deals leider noch nicht da. Aber schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung und lasst euch überraschen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und ganz wichtig, damit ihr kein Video und natürlich auch keine Deals mehr verpasst, Glocke aktivieren. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine frohe Weihnachtszeit, ganz viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.